Hallo Berlin, 10.43 Uhr, ich bin Carolin Kuhn, bringe Sie besser informiert durch den Tag. Und heute Morgen großer Aufruf von Nicole von Wagner aus dem Jochen-Troser-Morgenteam. Wenn du uns innerhalb von zwei Songs anrufst, Frank Olbrich bitte, 20-30-105. Und Spielerpapa Frank vom SV Askania Köpenick e.V. hat zurückgerufen. Die 105.5 Spree-Radio, Trikot-Offensive. Neue Outfits für die Champions von morgen. Frank, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Bin total voller Freude für die Jungs, dass es so geklappt hat für euch. Mensch, wie hast du denn davon erfahren? Hast du es selber im Radio gehört oder wurdest du angerufen? Habe jeden Tag im Radio gehört, hatte ich nicht daran geglaubt, dass das Glück uns voll sein könnte. Und hatte dann aber versucht und ja, hat es Gott sei Dank geklappt. Wie wirst du das denn den kleinen Jungs beibringen? Wirst du da heute in die Kabine gehen und sagen, ey Leute, ihr habt neue Trikots gewonnen oder wie wirst du das anstellen? Wir haben am Sonnabend ihr letztes Punktspiel und da werde ich dann wahrscheinlich vor dem Spiel die Kuh dann fliegen lassen und werde dann berichten, dass wir ein Trikotsauspiel haben. Unsere Vereinsfahren sind blau-weiß-rot. Was wir daraus machen? Hauptsache die Kids haben neue Trikots für die neue Saison. Gut Frank, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, auf dass ihr ganz viele Fußballspiele gewinnt in den neuen Klamotten. Wir wollen es auch hoffen. Danke euch und macht weiter so, denn die Berliner Fußballvereine können so eine Aktion immer gebrauchen. Die 105.5 Spreeradio Trikot-Offensive präsentiert von Intersport Olympia, Berlins Sportfachgeschäft Nummer 1. Jetzt wieder zurück in den Gruppius-Passagen und riesengroß im Forum Steglitz. Und wir machen weiter. Morgen geht der nächste Trikotssatz raus. Einfach bewerben auf spreeradio.de und bei Jochen Trus am Morgen um kurz nach 8 auf den Gewinnerverein achten. Und jetzt für Sie im 50-50-Mix einer der besten Songs aller Zeiten. Hier ist ABBA mit Knowing Me, Knowing You. Schönen Donnerstagvormittag Ihnen allen. いる Typen 25 24